Zehn Eichenholz, grob... Hexe, 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 Nein, 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 Hau ab! Scheiße, Päusen, Päusen, Päusen... Und damit... Servus Guys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Hardcore, ja, neue Folge Hardcore, heute esse ich Puffi. Ja, das muss man, das habe ich letztes... Nein, mein Name ist nicht leer, ich versuche nicht alles, was ich gebe, was will gehen wird. Alle Leute, ihr müsst mich entschuldigen, falls man internetbestimmt ist, ja. Ich kann nicht, hey, würden wir mit dem Schüssel... Oh Gott, Leute, sorry, falls ihr das bestimmt ist, aber... Und ich kann damit nichts mehr... Dein Scheiß-In-Server aus. Dein Scheiß-Internet wirkt sich auf den Server aus. Hauptsache, wie Skype-Mannschaft, um wie Discord, um die Teams zu benutzen, wie sie... Sollen wir den mal abbauen, oder soll mit dem dranlassen, ich weiß gar nicht. Also ich habe heute, ich weiß, eigentlich gar nicht mehr, was ich jetzt gemacht habe, um gefischt, nur gern gefischt. Du hast gefischt, ich habe... Oh ja, mein Internet geht wieder, geil, ich weiß, aber nicht. Die sind ja beide ein paar Wochenbote von mir drauf. Alle sind ja beide ein guns� Punkten bei mir verpflichtet. Neu der Reich, Welch geht, zu sehen. Neu der Reich, ne, nicht, mein Stimmel, ne, 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 ne. Neu der Reich, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. deshalb sind ein paar Blöcke geändert worden anscheinend hätte keine Ahnung man kann es einfach nur befeuert oh mein Gott Lea und man kann angeln indem man die die Anger auf der Linken hat alle linken Hand aber man kann auch mit dem Bogen so so wie kann man nicht ich bin vorhin nicht so perfekt ist weil es das ist mir alles so komisch dass die neuen Microsoft Cloud schon alles ist hier einfach nicht so mein Style Bord und Tarn Style ist aber Leipzig und ich bin da ich kann mich nicht dann nicht mehr ich mal ja ich möchte kann ich erst drücken also was heißt er Werner er hat eingestellt nicht ab einem R eingestellt kann man drücken aber man kann ich noch ab ja ich hab eine Sekunde zu früh ey Leute ich würde meine Steuerung erinnern sich jedes Mal so es ist alles geändert, weil der Ratgeflasche sich geändert hat ey es ist so kompliziert kannst du mit Opti-Fall zu kann ich nur Opti-Fall zu tun wo kann man das einstellen ich kann kein Opti-Fall machen Nao und dann man muss man das machen man muss man das machen leeren ja man kann ich kann nur auf ich kann gar nicht mehr so ach Leute ich hab man oft die Feind vergessen ich glaube ich auch leute ich habe einen Punkt heute ist alles so verwirrend und geht es sei für diesen Domen anfang es tut mir wirklich leid eigentlich wollte ich etwas Produktives machen ich wollte er heute schützen scheiß auf Kategorien Kategorien ich habe das ich habe das es gibt es natürlich auch um dann immer das um um Mann heißt es jetzt ja es wird wieder nach Marke können wieder sterben gehen er hat noch nicht aus geschlafen also gleich also ich wollte haben heute ich wollte ich wollte ein bisschen in den Boden Graben Kindergarten 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 haben wir Eisen haben wir Eisen haben wir Eisen ja haben wir Eisen ja ich glaube mal ein bisschen Eisen nicht gerade wenig und nicht steilen nicht machen mit einem Eisen weil ich dir das finde denn ich wollte erst mal du kannst du nachts machen jetzt meine Eisen ich habe die allerneuesten besonnen ich habe es ist die Leidenschaft und schau es ist halt alles komisch ist so mein Optifight funktioniert auch nicht mehr äh führt mal i äh ja muss rausgehen die Schiette nicht mehr die Schiette nicht mehr ich lege mich nicht mehr aus so dass wir schlafen können ja 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 das ist das ist so weit beginnt Profitaktik dann holt ihr gefällt nein wenigstens ja holt wenigstens Wolle und wozu machst du die da stein in den Ofen Leon 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 muss man so da nehmen ich mach voll ei ja was machst du hier ey so geil das hier mit oben da ich habe ja das ist unsere Cyberbase er hat ich habe die zwei Pfeile für dich kommen mehr äh so abschließen nicht mehr ist es für die Monster alles ist so und durchstehen ich habe das war eine dummige Idee ich habe es auch zu machen ist alles zu helfen was heißt ich habe sie hoch zu machen weil das ist so das ist so aber Gott sei Dank er ließ um 9 9 und dann haben wir ihn packen alles klar alles klar warum denn nicht kann man machen ne ich habe es nicht weil er könnte ich nicht machen oder die dann um ich war er habe ich will und er will nicht mehr ich habe mich kurz aus ich bin ich nicht mehr schicken das ist kein schicken mehr haben das ist so weit wie wir können wir haben die Kommentare ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben ob ihr das schicken findet aber auch ein Leben haben wir haben muss es jetzt tun von dem Alter er hat bei der Karte ich habe nichts mehr geklaut er war ein Stück da war es so ein Fläscher oder der Punkt als er kraft in die Krupp Kratmann die Karte ich habe immer noch ein Video machen die Folge kommt irgendwann die Woche aber auch niemand interessiert heute in diesem Tag leide ich ja noch die Ernährung da oben und bis zum Beispiel das Geld was Kredite bietet die Kredite aber ich lebe ach da oben bist du gerade ja 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 ein wunderschönes Loch hier können im Bund Tunnelbauen nach der Hülle war ich schon aber das GD ja das ist der E-Unden Krieger der Begatteteil ab und steht gerade noch was ich habe aber sie kann auch vielleicht aber vielleicht ab ins Haus das nächste Mal wird wieder alles normal sein hoffentlich Mike was auch da auf der anderen Seite das Haus ist ein Klinik direkt an der Haus fast an der Haustür Köln Kohl oder Räuble egal die Anahe an die Klinik die ein Jahr Versicherung der Falle kann ich nicht als Motoren ein bisschen die Wettbewerb sie wollen die Stauke okay ja ich bin ja ich bin die Laufruf als er will er aktiviert werden so kann ich auch wollen das ist auch ein Bild er war ich bin nicht in der Nähe das die bald 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 gemacht wird nicht ja auch heute ist die Fall ist ganz komisch ich weiß wie Prozent springen bisschen rum Kürt vom Ort und die Königseite wie diese von gestern dann ist es nicht schlecht er hat aber auch geklappt und nicht nur noch bei der Anführung der Grieber und Geld verfolgt nicht aus auch die Autie ich bin und so so gut er hat er noch der Werner fast explodiert ich bin das von mir aber dass er will nicht so gut werden und die jetzt oder gar nicht die Stadts rechte der Wettbewerb zu ziehen ist auch so gut wie zu spüren dann hat er ein Bild laut auf die er hat schockt er hat als auch ein Baby-Statt von dem Babyalter wir haben die Läden in diesem Läden folgen aber auch mein Leben wir haben dürfen Lern Lernrein Lass erhebe ich mich das ist der Letzte Lassensortet noch nicht darauf in einem Rüstungsfass kaputt ist ein Eisend der Mann vom Ehlers gehabt und der Alter der Internet mit der Lekt oder weiter Alter 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 ich habe mich da nur die Beckenburgs weiter ein Skelett war auch ja auch weggehen aber nicht mehr so lange es ist was und am 10 Redstone Wurst und machen nicht mit der Zeit Prozent bei Kanzler suchen Kanzler nicht noch für die Nöme 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 und dann die Papierkampf Prozent 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 der Kampagne okay 3 2 1 2 und er Wunderland mit Schwerst nicht nach dem Krieg ich die Anwälte die Anwälte ich bin ich aber gar nicht so machen wird Prozent 3 er hat auch er hat er hat er und er hat gewonnen aber nicht von der Kasse leute was wir so gegen Ende der Zeit machen wenn man den Rewer und den Ende der drachen sie kann so ein bisschen erzählen, was wir so vorhaben am Ende oder halt so allgemein, dass wir so einfach wer das stimmt, besser in Quipart und wir machen als auch PPP-Bettel also ich hab noch vorgehabt dass wir noch den, wir mal endlich die erst finden dass wir dann mal die Nieder gehen und nicht wie Marvin die Nieder sterben, ja dass ich bin, ihr vielleicht Kind wieder was auch Marvin die Spinne hilft mir, sie ist hilflich, vielleicht kriegen wir was draus wir brauchen Hilfe bei einer Spinne Mike Lohrgarten auch Opfer ja, hallo ich bin das Projekt nicht enden, ja ja, dann kriegen wir noch so viel Klicks nicht, was es gibt ja echt Leute, sie denkt, macht das wenig Klicks Mike macht das auch wenig Klicks ja, das ist natürlich, ne, ich lebe von YouTube, klar, YouTube Money, hier mal da ich mache nicht mal Werbung, aber trotzdem kriege ich Geld, ne, easy peasy einfach so schlecht, chat der ja, das wird noch nie ein mal, ich, du hast gerade das gesagt was hat er gesagt das ist, dass ich halt gerade, du hast gerade das gesagt auch das wird und war ganz aus dem Land habe ich nicht gemacht das hat sich gleich langer als ausgesagt einstatt erstellt habe ich nicht und ich habe heute da sind wir ich kann nicht haben über den Fall jetzt erst mal ein bisschen graben gehen und hoffen nachdem die Aktion da werden die Nacht überstanden oder abweilung zu sorgen wo sind die DIAs ab jetzt gefunden ich war ja wenn du die ersten ja die nicht in Ordnung dann schenke ich dir in Ordnung nicht so gut Prozent wie wäre es wenn ich mal dass sie im Eintritt nehme ein wenig Holz eben Farber er hat noch nicht anbekommen und dann gestehen Mike Hilder der Kopfbrenner Zoller nur fängt an zu brennen wenn er nicht schlägt das war ein Zorn die die haben wir schon mal ich konnte sie noch sehen mit Gold der Köln ja hier wird ein eigenes Bild zwischen soll er nicht nur sagen ich gehe noch dahinten wo ich angefangen habe zu graben und gerade weiter die Wochen war ein paar Sachen ja ich bin nicht erbunden ich mag erkunden ich gehe jetzt erkunden mit der Berge und die aber einfach müssen man wir müssen also ich glaube ich weiß du kannst gerne kommen wenn ich denke ich werde und es ist gut schocken immer in die Kordi bei nötig und so hat man nein weil ich jetzt richtig weit weggehe ach so ist es klar was muss nein nein ich suchte am Anfang ich weiß nicht warum ich habe schon mal in dem Internet von China und mit alleine mitnehmen und dazu brauchen wir Schleim Bälle Hela kann keine sagen wir brauchen ein Dungeon oder wir schicken wir brauchen wir können sie auch schubsen ja genau die bewegt sich nur alle zehn Sekunden nein die Schubsen einfach die bewegen sich auch zu kommen und die Höhle und er hat nur ein Medieter weitergehen ja und ich will bitte aufzureden ich weiß nicht was ich nicht die beste Jahr mein Mikro kommt ja auch das heißt ja es kommt bald Betonung auf bald nicht Ton und getaubt ich nicht ich brauche nach erhebt er hat er so gut so viel bei mir bei mir haben die Schweine einfach so riesen Augen ja komm ich schickte ich hab nochmals geblieben ja alt die die das war ich in dem einander hat es zu ihm gemacht wird ich bin ja bedanken ich habe Eisen gefunden nach zehn Jahren mal wieder oh, ein Kabelgeburt Steine aussammeln, ne? haha lehrer, aber wir brauchen doch Steine Steine ist doch so wichtig es gibt doch, mein Gott, guck, ein Stein oh Gott Opfer Opfer Mike ist Opfer getrackt ey, kann ich mal das Schwein hier töten und das auch tot weil du ein Lappen nützt, weil du warst also ich bin jetzt locker schon 200 Blöcke von unserem Zuhause es kommt ja bald Karneval, ja wie nennt jetzt ich feiere eh kein Karneval ich schwöre Leute ich hab damals keine mal so gefeuert, aber ich hab immer nur so Standard, äh, Kostüme, Kostüme, Kostüme wie Löwe, ich hab immer gehabt, mein Bruder ja, er hatte dann immer so'n scharftes Team, das war mir nur als Kleinkinder, als wie sechs Mann oder so oh, das war mir schwer, als ich achten oder irgendwie so, da hatte ich einen Luigis, äh, Kostüme, ja, kennt ihr den Kleppner Luigi aus Mario, kennt doch jeder Digga ich weiß, ich hab echt eine Höhle ne, könntest du mir mal helfen wenn jetzt sterbe, ist es deine Schuldung, ja ah, dann nacht ich dich auch wenn wir jetzt die zweite Schlucht finden, ja dann weiß ich auch nicht mehr was da kann ich das für Montsburg ich lege die Halle mal aus, ich bin und Zombies Fail, ah, also muss es ja eine, allian, ey, du musst irgendwas machen gegen dein, ich schwöre es das bist du nein, das bist du, was los hier okay, ich bin sorry für die Quali was ist das hier, ich hab Pumpkins gefunden also, ja, geil, das ist die Anpflanzen wir brauchen aber Melonen oh Pumpkins sind, ihr geht nein, nehmen die trotzdem, wir können das für Halloween gebrauchen, falls das Projekt bis dahin noch läuft bei dr Hmm holt das Projekt geht einfach fast ja, genau wir machen ein Projekt das Projekt früher sterbt, wo es schlechter ist aktiviert ich leckere Server legt der Server die eine Höhle hab eine Höhle gefunden krass war jetzt Lava-Aimer die Anwälte ab Ende der Folge, ich hab eine Höhle gefunden ja nein das Ende der Folge das passt endlich darum ich gehe mal wieder nach oben zieler ab und schlägt sich auch ein Gott weiß noch welchen Dungeon ich gefunden habe was war ich auch sagen egal in Deutschland von Wassergardien ja welchen Guardian gibt es sonst noch Lian du bist unter Wasser gerade und du stirbst nicht Leon, du bist nicht sterben Ey, Jan, nein, ich brenne und habe meinen Wassereimer verbraucht Leon, wenn du jetzt stirbst zwei Herzen ein Halbherzen oh Gott ein Halbherzen ein Herz Nein, Leon, verarschst mich, du verarschst mich okay, nee, hat aufgerüstet werden Oh Gott, ich habe halbes Herz und ich will ja, ich mache mich eben schnell wie ein Wassereimer Sie sind die Eisen geschafft, na, also kann man mal machen ich habe richtig krass in Höhe gefunden soll ja nicht tun, unser Stein in die Truhe, denn wir haben wir kein Stein in den Meckenthalter was ist das hier So, Puffi, würde ich mal sagen, ich mache jetzt meinen Rahmen, ja komm Leute, wir machen jetzt einen Rahmen für Puffi, wir gönnen uns Oh Gott, da kommt jetzt einen Rahmen, ich glaube Leder und dann darum Sticks Ja, ja, Mike hat zu begriffen Ja, ich habe Puffi, Leute das ist so eine Lederverschwendung, was ich gerade mache, das ist mir so scheißegal als wenn wir Leder braucht nicht, wird einfach dein Lama Detail Das ist der Sieg zum Füßen, das ist der Schlüssel zum Sieg Oh, Creeper, ja, ne, zwei Creeper, ja, ne Ich bin五 grad Die Spiel ist auf, ich bin aus,‑of, oder,vi Questber, Oster, 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 Oster…… es hat nun drei mal drei Loh die schieb ja nicht aber die Kräuter sind tot wahrscheinlich täglich auch weiter auch die Leute die Folge ist auch schon fast zu Ende wie ich war wo auch ich nicht noch alles gut alles gut nur ein kleiner Stecker alles gut ja nur ein kleiner Stecker die Kalle der Stecker das Geil ist einfach wenn irgendwas von hinten kommt damals werden sofort tot ja aber heutzutage hat einfach entschieden dass man hat mit jemandem zwischen dort auch noch ein Punkt geht es geht weil ich hab jetzt bin gefunden mehr und auch hier ist ja ich habe ich habe ich habe ein Schwerke getroffen wenn man nicht vergiftet aber nur für 20 Sekunden jetzt gibt es noch eine Folge ein ich habe mir ein paar richtig ein paar das wurde ich dachte ich reingefallen bin und das ist nicht nur und aber ich bin ich habe es um 20 Blöcke tiefes Loch gefunden die also ich gehe auf die Erwöhne mehr und kraft der Korrektur die Ecke also schafft er war eben so dreißig Blöcke unter mehr und ich habe es nicht ich nicht gedacht ich hab bald gefunden also allerdings dabei ich hab mal unser ganzes heißen Kinder und was wir in der Truhe hatten erneut er doch alles gebraten Braten kann man heißen braten Leute Prozent ich weiß was du meinst ich habe jetzt 10 Eichenholz Götzler Hex Hexer Hexer Nein 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 Scheiße Päusen 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 Lerner Nebster noch als der Kassel Schiff und Päusen ich gehe naja okay manche ich muss jetzt vorbeilangst was kann doch A8 und Kacke nehmen wir auch einmal der Hexe kann man kein Spillau gebraten ernein der Masse die Gifttränke ja man braucht Prozent das macht an das Land ich bin weg zu tun ja ich weiß nicht was man die haben verzauberten Bogen darüber bin ich gar kein Wurzeln auf der Ecke ich glaube ich werde ich sterben wenn ihr habt ihr habt ihr klären Alter ich ich werde von drei Stiletten verfolgt zwei davon haben verzauberten Bogen ich bin ungefähr 300 Blöck von unserem Zuhause weg da kommt zurück sofort ich möchte heute beendet oder bau nicht einwesklapp wird es ist ein Grundjahr ich weiß nicht mehr ich brauche jetzt hier mal ein paar Zockerraubel haben zu spielen und nun ja an der Anrufe ich habe keine Blöcke mehr ein alle Blöcke verschwendet er von Bokamisch und ich komme haben sich direkt das Geld hat keinen verzauberten Bogen das kritisieren sie und auch ist auch ist auch nicht ja auch kacke die Karte nur Wort nach Hause ja mein Gott ich brauche mich ein ich hab mich rausgeflogen ja moin, kann sie auch schon Notfall ausloggen, wie die kann ich sagen, dann komm ich nö soll, als ich mal sage, ich beende mal die Folge, die lehren, baut sich ein da komm, ich bin vollgefugelt äh ja, ich hab' nicht schon zu Ende, aber wir machen jetzt mal überlenkt wenn ich nicht, ist es den Ernst aber ich habe jetzt eine Folge ruckelt, wir müssen beenden, wenn es fruckelt, dann beenden wir müssen mein Maik, ist es nachts dann baut ich jetzt ein, baut ich dich ein und dann beenden wir die Folge und warten danach und dann später noch mal einen ich baue mich ein da ist mit Warn, das war's mir die Folge, wenn es euch irgendwie noch gefallen hat, wenn es euch irgendwie noch gefallen hat, ich bin definitiv mir nicht ich hab' mir gerne seine Sicht gesehen heute ich werde ihn nicht ich hab' heute zu essen ich hätte so gerne seine Sicht gesehen, aber egal haut rein Leute links und rechts könnt ihr aufklicken, wenn ihr Bock habt, ne haut rein und tschüss wo bleibt peace